Hallo meine Lieben, jetzt gibt es schon mal vorab eine kleine Kurzbotschaft, ein Short mit dem Romantik-Tarot bei Luz Garabeu von Emanuela Signorini und Giulia F. Massaglia. Um wen geht es hier? Um dich oder um jemanden? Er, dein Gegenüber, jemand. Jemand ist gerade sehr offen für dich. Jemand heißt dich willkommen und jemand geht einen Weg mit dir. Dieser Mensch hat Liebeskummer mit der 3 der Schwerter und er hält das Licht jetzt hoch. Es kann also sein, dass jemand sich neu für dich öffnet. Und dann, wenn du dich öffnest, dann kannst du dich öffnen. Und dann, wenn du dich öffnest, dann kannst du dich öffnen.